Musik 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 Das ist schon eher was. 500 Passagiere, ja. 5 Linien, na. 1er 200er Das hier wäre ganz geil. Musik Er hat kein Busgebäude, ne. Also kein Gebäude. Aber im Endeffekt ist das wieder zu lang. Musik Normalerweise müsste ich hier irgendwie Pfft Mh Oder bauen hier sowas, den Kremlin Gateway. Kann man auch bauen. Verdammt nochmal. Verdammt, verdammt, verdammt. Die wäre ja okay hier. Aber brauchen wir vier Linien? Das ist die Frage. Die ist einfach zu lang. Und wenn ich die jetzt hier rumsetze, wird es ein bisschen zu hart. Ich sollte auf meine Wortwahl so ein bisschen aufpassen. Warte mal kurz. Den so. Und da rum. Den anderen nach da. Oh, das passt ja perfekt. Ist ja nicht schlecht. So, die gehen dann nach hier raus. Irgendwie, irgendwann. Für später. Das ist okay. Damit kann ich ja noch arbeiten. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier rüber kommen. Und dass wir da andocken. Das heißt, ich brauche erstmal einen Schwung, der so rüber geht. Das heißt, ich brauche hier noch Landmasse. Wahnsinn. Wir heben die Grenze noch ein bisschen an. Okay, so passt das. Und dann sind wir auf fünf hoch, äh, vier hochgegangen, ne? Genau. Eins, zwei, drei, vier. Na. Hügel verursacht Behinderung. Ja, ist klar. Hier ist doch kein Hügelmann. Wahrscheinlich zu nah an der Grenze, oder? Na schön, machen wir es halt anders. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir es halt so. Okay, passt nicht. Sehe ich jetzt schon. Jetzt passt es. Zwar nicht 100% gerade, aber egal. Das ist jetzt egal. So, besser. Jetzt gehen wir rüber. Die Grenzlinie läuft ja auch nicht ganz 100% gerade, wie ich die Sache sehe. So, okay. Das war die äußere Kante. Jetzt passt es. Ja, jetzt ist gut. Jetzt haben wir hier noch einen Zwischenbahnhof. Können mit der Linie dann hier noch irgendwie hier oben hochgehen. Eventuell, äh, da noch was abdecken, wenn wir hier irgendwie noch was bauen sollten im Gebirge oder sowas. Hier oben würde es sich, guck mal, hier oben würde es sich zum Beispiel voll was anbieten noch. Weil, optisch, ne? So, schon mal vormerken. Da könnte man auch noch schön was hochbauen. Ähm. Jetzt haben wir das. Warum wird das nicht gebaut? Bau doch mal. Ist doch okay. Okay, du wirst gebaut. Das ist in Ordnung. Dann kann ich das hier wieder wegnehmen. Oh, und lass mal die Stück Landmasse da stehen. Das ist in Ordnung. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen... Haben wir hier so ein... Leider so ein Loch drin, ne? Hm. Das ist natürlich unschön. Na egal. Halb so wild. Ähm... Das läuft, das läuft. Okay, das ist in Ordnung. Dann brauchen wir... Von der Länge her ist es okay. Strom wäre nur ganz nice. Strom wäre nur ganz interessante Geschichte. Den mal drauf zu bringen. Strom... 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 Transformator... Das ist übertrieben. Der Vierer reicht hier aus. Hm... Eine halbe Stunde noch. Muss mich für Klausuren vorbereiten und will noch duschen. Alles klar. Ähm... Viel Spaß beim Lernen. Viel Erfolg für die Klausuren und... Ähm... Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Auch danke für deinen Sub, den du verteilt hast. Eine Community. Vielen lieben Dank dir nochmal. Und... Ja... Bis... Bis dann. Viel Glück, ne? So. Spaß. Okay. Bis morgen. Alles klar. Ähm... Ah, jetzt kann ich das hier wieder dicht machen. So, den haben wir auch. Jetzt brauchen wir nochmal Starkstrom. Von irgendwo her. Ähm... Haben wir da drüben. Die Frage ist, ist das... Stark genug, um das zu geben. Fast ausgen... Nein, ich müsste doch die Strecke da machen können, oder? Oder gehen wir noch ans Atomkraftwerk? Ich weiß es nicht. Ans Atomkraftwerk oder an das Kraftwerk? Hm. Da ist alles belegt. Hier hätten wir noch Plätze frei. Obwohl ich da eigentlich... Ja, da brauche ich... Ach, verdammt. Das ist so doof gelöst. Da könnte ich jetzt nur mit, äh, äh... Überirdischen Leitungen machen. Das will ich aber nicht. Also müssen wir es anders lösen. Ähm... Ähm... Warte mal kurz. Ich mache mal volle Pulle, damit es tags wird. Der wäre nicht schlecht. Den könnte ich ganz gut nehmen, ja? Hätten wir zusätzlich sogar noch... Passenden Anschluss. Zack. So. Und dann... Gucken wir mal, wie wir das jetzt anbringen. Haben wir da oben noch was? Atomkrafttechnisch. Da müsste ich jetzt echt mal noch einen Abzweig bauen. Dass wir noch ein bisschen Saft herbekommen. Vielleicht hier oben. Ein bisschen langsamer. Vielleicht können wir hier oben noch einen Abzweig... Äh... Stromabnehmer bauen. Und den dann rüberführen. Das ist zu viel. Andererseits zum Atomkraftwerk her... Würde es natürlich passen, ne? Wenn wir hier noch so einen fetten Verteiler dran hätten. Und wenn ich das Atomkraftwerk eh nochmal umbauen will... Mit der größeren Variante würde das gehen. Ja. Komm. Das machen wir. Komm. Na komm. Dann gehen wir von hier aus. Und dann gehen wir jetzt hier lang. Und dann da rüber. Und dann gehen wir... Da drauf. Dann sollten wir hier auch Strom drauf haben gleich. Dann können wir uns überlegen... Hier den nächsten Bahnhof hinzupacken. Und vielleicht wirklich versuchen hier hochzukommen. Dass wir hier Touristen von der... Dings abgreifen könnten. Wäre noch ne Idee. Und hier halt dann noch irgendwie... Äh... Dings zu bauen. Noch einen schönen Bahnhof. Ähm... Plattformstation. Central Bus Station ist auch geil. Könnte man kombinieren. Das ist übertrieben. 30.000, Alter. Was willst du da für Züge draufballern? Alter! Das ist ein bisschen heftig. Das kannst du nicht machen. 500er Passagiere. Ist ja nett. 500 Passagiere. Da hin, da durch. 500 Passagiere. Endbahnhof. Da durchfahren. Ich sehe schon kommen. Ich muss hier noch Platz schaffen. Hilft nix. nur so kriegen wir da ein Bahnhof hin. So, okay. Neuer Versuch. Dreier. 500er. 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 Der ist... Der ist ja nicht schlecht, ne? Aber... Ähm... Fünf Schienen ist schon ein bisschen hart. Das ist mir zu klein. Und das ist mir wiederum etwas zu groß. Verdammt. Das ist mit 4.000 Leuten hier. Ähm... Das wäre schon hart. Dann sind ja eigentlich ein 4.000er hier hinballern. 4.000er ist schon hart. Pfff... Andererseits, wenn wir hier noch Hochhäuser hinknüppeln, dann würde das auch gehen. Komm, wir nehmen es. Was soll's. Wir nehmen den. So, jetzt muss man ganz kurz gucken. Ah, es ist ja echt ein bisschen haarig. Ich hab das Gefühl, ich muss die Ecke hier nochmal wegnehmen. Und das vernünftig machen, sodass wir hier auch eine vernünftige Schienenführung hinkriegen. 1, 2, 3, 4. Okay, da meckert er rum. Warte mal kurz. 1, 2, 3, 4. Warum will er denn da nicht? Warum will es denn da nicht runter, Mann? Okay. Machen wir es anders. Ordnung. 1, 2, 3, 4. Ganz runter. Komm schon, komm schon, komm schon. Okay, das sieht doch mal gut aus. Okay, den haben wir. So. Das haben wir. Sehr gut. Jetzt gucken wir, dass wir die hier rankriegen. Ich überlege gerade, ob wir die hier dann halt nicht wirklich hier irgendwie rumfahren lassen, hier mit rauf gehen und da Touristen abgreifen oder sowas. Okay. Müssen wir halt mal schauen. Okay, das ist zu viel. Okay, den machen wir mal so. Dich nehmen wir mal weg. Jetzt überlege ich, wie wir... Der ist eigentlich lang genug, damit der da reinpassen dürfte. Theoretisch müsste das gehen. Halt. Von der Länge her. Für die Weiche und den Zügen dann. Okay, der bleibt. Dann können wir hier oben noch ein Signal setzen. Naja, dann ist ziemlich weit gesperrt, bis hier hinten. Ist aber auch noch in Ordnung. Dann muss er wirklich bis hier durchfahren. Damit er wieder drehen kann auf dieser X-Weiche. Aber ist okay. Aber wenn ich jetzt hier auch noch was hin friemle, dann wird das ein bisschen eng. Das wird so nicht gehen. Aber das ist okay hier. Da werden sie hier halten. Das ist in Ordnung. Damit können wir leben. So, ich mach mal volle Pulle wieder an. Damit haben wir den. Wenn wir hier wirklich noch anfangen wollen, würden Tourismus hier ranzuholen. Vielleicht in dem Eck hier wirklich. Dann müssten wir natürlich auch Touristen ranholen. Das heißt, ich müsste mit dem zweiten Gleis hier irgendwie rum und damit rauf. Auf dem Touri-Gleis oder sowas in die Mitte oder irgendwie. Könnte man ja machen. Okay, da komm ich gar nicht vorbei. Natürlich jetzt ein bisschen schlecht. Da muss ich eine größere Dings reinbauen. Da habe ich nicht nachgedacht. Das heißt, wir legen das schon mal provisorisch. Und dann versuche ich hier irgendwie hier runter zu kommen. Hier oben die Ecke. Halt, vielleicht geht's ja. Dass wir dann da raufkommen. Das ist der Plan. Okay, da kommen wir so runter. Kommen wir doch noch steiler runter. Ja. Kommen wir natürlich nicht so durch, ne? Shit. Das wäre die einzige Möglichkeit dann da rum. Oder aber wir gehen höher. Wir gehen gleich drüber oder sowas. Aber dann kommen wir nie wieder hier rüber. Okay. Ja, es ist zu hoch. Ah, das ist schon ein bisschen abartig. Ah, wie machen wir das am allerschlausten? Hier durch, hier runter. Hier lang, da rüber. Warte mal kurz. 1, 2, 3. Ja, komm. Komm. Andere Infrastruktur. Okay, da passt es mit den Pillern nicht. Aber... 1, 2, 3. Vielleicht kommen wir hier rum mit dem hier. Die haben Pillarabstand 39 Meter. Was reicht denn nicht? Doch. Das würde gehen. Hier rum. Ja, du auch. Dann, denn jetzt hier runter. Ähm, da drauf. Runter, 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 runter. Runter. Warte. Anders machen. Okay, den haben wir. Okay, das geht sogar. Guckt mal, Leute. Manchmal muss man nur per Tief sein. So, dann gehen wir hier raus. Gehen hier hoch. Das ist okay. Da können wir lang. Dann gehen wir hier rum. Gehen da hoch. Und klemmen da an. Das ist der Plan. Ist doch gar nicht mal so verkehrt. Ja, jetzt wird wieder Tag. Das ist gut für uns. Hier werden wir noch ein größeres Teil einbauen. Ein Achter oder sowas. Obwohl, eigentlich brauche ich ein Zehner. Äh, Zehner Elektroteil. Ähm. So, damit kommen wir jetzt da hoch. Können wir den noch... Ach, verdammt. Weiter ranschmiegen geht nicht. Schade, ich hätte es gut gefunden, wenn wir da hätten... Äh, rangekonnt. Aber wenn ich hier so weit abgehe... Ja, da komme ich bei... Mit aller Liebe nicht weiter. Ja, Problem ist... Komme bis da. Ich habe vorhin einen Steingolem gefunden. Im Frostbium. Ach, du bist schon im Frostbium. Ach. Mensch, Lukas. Er nun wieder, weißt du? Wahnsinn. Aber wenn ich hier nur rum könnte, weißt du? Irgendwie... Zu scharfe Kurve. Okay. Er sagt mir zu scharfe Kurve. Ich bin der Meinung, nein. Geht das? Gute Idee. Ich bin schon ganz ausgetrocknet. Was hat der Feindes getroppt, das Steingolem? Jetzt passt es. Oder? Ja, jetzt müsste es passen, ne? Ist der jetzt angeschlossen? Warte mal kurz. Wir haben fast 200 Millionen Rubel auf dem Konto. Wahnsinn. Ja, jetzt haben wir ihn angeschlossen. Sehr gut. So. Elegant gelöst. Sehr geil. Damit ist die Touristenstrecke, äh, gen Westen auch angeschlossen. Super. Ich bin nur abgehauen. Ich kann mit Feuer fallen keinen Schaden machen. Okay, alles klar. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe, noch reinzukommen. Weil ich muss eigentlich vorbereiten für die jetzt die ganze Woche. Damit ich, äh, sonst schaffe ich das mit nächsten Samstag alles nicht. So, okay. Kann ich das mal ganz kurz abreißen? Ja, ne? So, okay. Das haben wir. Ähm. Ich brauche da nämlich was Größeres. Ich bin auch erstmal raus bis heute Abend aus Wallheim. Okay. Ja, wie gesagt, ich muss aufnehmen noch für nächste Woche. Sonst, äh, ich will so viel wie möglich erledigen. Weil die Woche wird jetzt echt heftig werden. Ähm. Achter, Achter, Achter. Zwei, Vier, Sechs. Das reicht niemals. Der hier. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020